Liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Interessierte der Physikalisch-Gefäßtherapie BEMA, in diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie Sie das Schlafprogramm des BEMA EVO optimal nutzen können. Sie gelangen zum Schlafprogramm, indem Sie im Hauptmenü die violette Taste Schlaf drücken. Das Schlafprogramm ist optimal geeignet, gemeinsam mit dem Ganzkörperapplikator, dem B-Bett zu nutzen, welches Sie mit zwei Fixierbändern rutschfest auf Ihrer Matratze fixieren können. Zum Schlafprogramm gelangen Sie, wie gerade erwähnt, indem Sie die violette Taste Schlaf drücken. Es erscheint dann im Anschluss ein Fenster, in welchem Sie die Uhrzeit, Ihre Wegzeit, zu welcher Sie aufstehen möchten, eingeben können. Dies können Sie mit dem Navigationskreuz auf der rechten Seite einstellen. Mit der Pfeil-nach-Links-Taste und Rechts-Taste können Sie zwischen Stunden und Minuten wählen. Und mit der Plus- und Minus-Taste können Sie die Uhrzeit unterschiedlich einstellen. Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, ist es wichtig zu wissen, dass sich das Programm an die Therapiezeit anpasst. Und diese Therapiezeit des Schlafprogramms, die liegt zwischen sechs und zehn Stunden. Wenn ein grüner Kreis für Sie ersichtlich ist auf diesem Fenster, so ist das Schlafprogramm aktivierbar. Ist ein roter Kreis ersichtlich, so kann das Schlafprogramm nicht aktiviert werden, weil die Schlafzeit außerhalb der aktivierbaren Schlafzeit liegt. Wenn Sie auf die Schaltfläche weiter drücken, öffnet sich das endständige Fenster, in welchem das Schlafprogramm aktiviert werden könnte. Doch bevor Sie das tun, haben Sie noch die Möglichkeit, den Wecker ein- und auszuschalten. Es ist sinnvoll, sich über dieses Programm gleichzeitig wecken zu lassen und nun können Sie die weiße Starttaste drücken und somit kann das Schlafprogramm hier über den aktiven Ausgang A1 gestartet werden. Sie sehen oben links in diesem Fenster noch eine Kontrollanzeige, welches Ihnen zeigt, welcher Anschluss belegt ist. In diesem Fall ist im Anschluss A1 das Bibet angeschlossen. Sie hätten jetzt aber noch die Möglichkeit, über die Umschalttaste für die Applikatorenanschlüsse ein zweites Bibet an den Ausgang 2 anzuschließen, sodass auch zwei Partner entsprechend dieses Schlafprogramm gleichzeitig jeder mit seiner individuellen Weckzeit nutzen könnte.